Pia Graue und Otto Maus führen seit einigen Jahren erfolgreich ihren eigenen Modeladen. Seit sie selbst junge Menschen ausbilden, haben sie häufiger mit der IHK zu tun. Dass dort Unternehmerkollegen die Prüfungen ehrenamtlich abnehmen, finden sie gut. Auch Pia und Otto könnten sich so etwas für sich vorstellen. Da erfahren sie, dass in diesem Jahr die IHK Vollversammlung zur Wahl steht. Vollversammlung? Das klingt nach einer ziemlich großen Gruppe. Wofür gibt es die eigentlich? Die Vollversammlung wird auch als Parlament der Wirtschaft bezeichnet. Hier sitzen Menschen wie Pia und Otto, also Unternehmer, die die Interessen der Gewerbetreibenden in der Region gegenüber Politik und Verwaltung vertreten. Die Vollversammlung tagt mehrmals im Jahr. In ihren Sitzungen beraten die Mitglieder die Arbeitsschwerpunkte und Positionen der IHK. Sie legen die Höhe der Beiträge fest und wofür das Geld ausgegeben wird. Doch wie kommt man in die Vollversammlung rein? Für die Wahl werden die Unternehmen je nach Branche unterschiedlichen Wahlgruppen zugeordnet. Das bedeutet, dass Händler die Vertreter aller Handelsbetriebe wählen. Genauso ist es bei der Industrie oder bei den Dienstleistungsunternehmen. Da Otto und Pia einen kleinen Modelladen führen, gehören sie zum Handel. So weit, so gut. Jeder Unternehmer kann kandidieren, jedoch nur für die Wahlgruppe, für die sein Unternehmen selbst wahlberechtigt ist. Außerdem kann pro Unternehmen jeweils nur eine Person kandidieren. Für Otto und Pia bedeutet das, dass sie sich entscheiden müssen, wer von beiden kandidiert. Da Pia die Idee mit dem Modelladen hatte, kandidiert sie und schickt ihre Wahlbewerbung an die IHK. Aber wie sehen die Chancen für Pia aus, dass sie gewählt wird? Das ist etwas komplizierter, denn nicht jede Wahlgruppe hat gleich viele Sitze in der Vollversammlung. Die Anzahl der Sitze und somit der Unternehmensvertreter richtet sich nach der Anzahl der Betriebe und der Wirtschaftskraft der jeweiligen Branche. Schließlich soll die Vollversammlung ein Spiegelbild der regionalen Wirtschaft sein. Es ist die Zeit der Wahl gekommen und jedes Unternehmen erhält per Post seine Wahlunterlagen. Denn die IHK-Wahl ist eine reine Briefwahl. Dabei hat jede Stimme das gleiche Gewicht, egal ob vom Großbetrieb oder vom Einzelunternehmer. Nach Ablauf der Wahlfrist werden die Stimmen gezählt und die Gewählten bekannt gegeben. Und Pia hat es geschafft und wurde gewählt. Von Unternehmerinnen wie Pia profitieren am Ende alle Unternehmen in der Region. Denn weil sie gemeinsam mit den anderen Mitgliedern im Parlament der Wirtschaft Verantwortung übernimmt, sorgt sie dafür, dass die IHK der regionalen Wirtschaft eine Stimme gibt und ihre Angebote möglichst nah an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder ausrichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017